Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Journey. Heute spiele wir gegen Bornemouth, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Entschuldigung, äh, Bornemouth, Bornemouth, keine Info, okay, äh, ManUnite hat mal wieder gewonnen, ach, scheiße, das wird schwer, die haben nie gewonnen, 3-0 gegen, oh, gegen Everton, 3-0 gewonnen, Bornemouth, okay, Los geht's. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel, wir, das sind Wolfhuss und Frank Buschmann und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Bornemouth. Genau, Bornemouth, oder wie auch immer. So, Lallanisch, wo ist denn Coutinho? Hier haben wir die Auffällung, das ist. Ah, Liverpool, Klopp, oh, so einen guten Spieler kann man mit rausnehmen. Ja, aber ein Freistoß. Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. So. Okay, Mann, nee. Lauf, durch, lauf, durch, lauf, durch. Schön, Lallana. Jetzt haben Sie den Ball verloren. Ah, schade. Smith. Hier, komm. Lovrenen, den hast du. Karius. Mit einer? Okay. Doch, mit beiden. Gut. Lallana. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut verteidigt hier. Okay. Arthur. So, komm. Die Entwicklung von Bornemouth in den letzten Jahren ist schon Wahnsinn, oder? Sechs Jahre hat es nur gedauert, um von der vierten in die erste Liga aufzusteigen. Und letztes Jahr haben Sie das gut gemacht, den Klassenerhalt gepackt. Wäre Ihnen zu wünschen, dass es so weitergeht. Geil. Geile Leistung. Jetzt mal ehrlich, von der vierten auf die erste Liga haben wir zum Beispiel auch Glasgow Rangers geschafft. Die sind ja zwangsabgestiegen, wie man ja weiß, also wegen der Insolvenzen und alles. Sind sie in Liga 4 abgestiegen und haben es jetzt, ich glaube, letzte Saison haben sie in Liga 1 geschafft. Haben sie aber auch oft die Meisterschaft gewonnen, also 54 Mal. Also, Sophie hat keine andere Mannschaft in der Liga gewonnen. Also, also, ein Titel und so weiter und so fort. Und 54 ist, na. Stahl von Karl. Ja, unnötig. Was ist das für ein Ball? Quälen bedrängnis gewesen oder was anderes. Er war ja gar nicht ein bedrängnis. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Schön dazwischen gegangen. Jetzt ist der Angriff dort gestorbt. Der Gegner hat den Ball. Ja. Weißt du, das ist zum Beispiel ein Stören. Und dafür kann man mal positive Punkte gehen. Oh. Jawohl. Schön Lallana. Ja, da passt er auf. Aber war nichts Gutes. Bei Naldo. So. Ui. Komm. Oho. So, komm. Weiter. Immer weiter kämpfen. Immer weiter kämpfen. Ja, super. So. Die können nochmal Spieler einwechseln wie, keine Ahnung. Sturridge als Sturmpartner oder Harry Kane, keine Ahnung, als Sturmpartner. Für. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Na gut, es war ja wirklich kein Angriff, aber. Egal. So. Klasse Technik und. Ja. Okay. HZ. Werden Chancen? Müssen sie nur machen. Komm. Die machen wir jetzt auch. Los. Es kann losgehen. Steigen wir ein in Durchgang 2. Hier in Enfield. Hier in Enfield. Hier muss es jetzt abgeht. Jetzt wird's gefährlich. Born und Mumpf. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Richtig gutes Zuspiel. Stark. Stark von Karius. Jetzt der Konter. Was war das für eine Scheißannahme? Jetzt der Konter. Lukas Leiva. So. Gleich gibt's ne Auswechslung bei der Einmannschaft. Ja, ja, komm. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Ja. Das könnte die Chance werden. Sehr gut reingespielt. Der Ball wurde gut weggefaustet. Da hat er Sub. Emre Can. Was? Emre Can? Ach ja, den gibt's auch noch. Upsi. Stimmt, der spielt auch noch bei Liverpool. Wohlspielst du dich wohl zu Hunter? Wenn man Beiler hat, habt ihr auch schon. Komm. So. Das könnte die Gelegenheit werden. Ja. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten. 30 Minuten noch. Komm. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja. Jawoll. Geiler Ball. Wir sind gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Wissen Sie, was scheiße ist? Ja. Danke. Da ist es. Endlich mal diese Anzeige gekriegt. Bam. Sehr gut. Jetzt haben wir den Treffer. Jetzt haben wir den Treffer. Okay, komm. Jawoll. Sehr schön. Stark. Gute Idee, dieser Ball. Okay. Ist egal. Ist egal. Oh. Die haben sogar mehr Ballbesitz. Hier. Nein, 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 Sarko. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den Ding. Okay. Mal ruhig uns ausrollen lassen. Abschluss. Wechsel. Kommt jetzt rein. Continuous drin. Für Lallana. Okay. Obwohl Lallana nicht schlecht war. War. Na gut. Mit ihrer Pass-Sicherheit kontrollieren sie sich. So. Komm, Hunter. Ja. Stark. Komm. So. Er spielt den Steilpass. Ja. Der Pass. Wunderbar. Man. Ne. Sehr gut, endlich Das ruhige 2 zu 0 Das haben wir uns auch erarbeitet Wer kommt denn jetzt? Ey, warum? Ja Was ist das so ein Harry Kane, ne Banken, der spielt nie? Ja, ich glaube interessiert es nicht, ne? Ja, simulieren wir mal 4-0 Uiuiui Das war aber heftig Der hat denne und der hat halt noch ein Tor geschossen Bunter, schaust du da raus, schau es auf Wie hast du das, Mr. Butler? Ich fühle mich gut über mein Spiel in dem Moment Well, es zeigt Ich fahre auf die Grafik und es gibt keine Grunde, warum du es nicht schau es auf Okay War aber trotzdem gutes Spiel Ja Oh, bald haben wir einen Sponsor Okay, weiter Gut, dann würde ich mal sagen An der Stelle war es uns wieder mit der Folge von FIFA 17 The Journey Wir hören uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, haut rein Und Ciao